Freunde, ich bin der Renton. Servus, wir spielen Arkham Knight, machen die Hauptmission weiter. Statt der Angst, arbeite mit Ivy zusammen und Maßnahmen gegen den Cloudburst-Apparat einzuleiten. Okay, ich gehe zur Tiefgarage des Wayne Towers. Ich bin auf dem Weg zur Tiefgarage des Wayne Towers. Mal sehen, wie Lucius Ivys Pflanzen aufspüren will. Mr. Fox hat sie noch nie enttäuscht. So, sorry für den letzten Part. Der war unter Umständen vielleicht ein bisschen arg langweilig für euch, wo ich nur eine Nebenmission gemacht habe. Ich hatte auch ziemlich Probleme in der scheiß Bank. Aber gut, kann nicht immer alles wunderbar laufen. Dafür war der Part relativ kurz. Äh, leck mich. Oh, ist das weit. Okay. Gehen wir mal Richtung Fuß. Komm mal hier, ist Batmobil. Ja, war klar. Scheiße, da ist jemand im Tower. 100 pro der Arkham Knight. Wo ich immer noch keine Ahnung habe, wer es ist. Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Holy fuck. Wey. Oh, boh, 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 boh. Nein! Steig zurück! Junge! Oh, Batman! Batman hat einen Diamondback ausgeschaltet. Ajo, habe ich das. Bitte, Batman! Oh, oh, oh. Redler getroffen, aber funktionsfähig. Ach Gott, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Huh. Primärziel hat Diamondback getroffen. Panzerung ist durchbrochen. Fucking Raketen aus dem Weg. Zack. Ach Gott, jetzt kommen sie auch noch von links und von rechts und von allen Seiten. Mein Gott, ey. Was soll denn das? Was soll denn das? Diamondback getroffen. Der macht es nicht mehr lange. Ja, also. Redman hat eine Drohne zerstört. Achtung. Ah. Jetzt erledige ich ihn. Bam bam. Mamba Drohne. Mamba Drohne. Zack. Redler offline. Waytower. Wuhu. Wuhu. Ah, voll erwischt. Boah, ey. Das war eine harte Geburt, ey. Leck mich am Arsch. Waytower. Wuhu. Das scheint der letzte gewesen zu sein, Mr. Wayne. Ihr Upgrade steht zur Abholung bereit. Ich rüste das Badmobil mit dem neuesten bodendurchdringenden Sonar aus, Mr. Wayne. Senden Sie einfach einen Sonarimpuls nach unten, dann kann der Bordcomputer ein Scanbild erstellen. Und ja, es ist empfindlich genug, um schon lange tote Pflanzenwurzeln aufzuspüren, falls sie dort zu finden sind. Führt Ultraschallscan durch Gebäude oder Untergrund aus unterirdisch, topografische Bilderzeugung. Alles klar? Ah, das Badmobil, was das alles kommt. Mehr wie mein Ford Focus. Es dürfen keine Drohnen mehr reinkommen. Regeln Sie das Gebäude ab und übertragen Sie die Fernproduktion an Alfred. So gut wie erledigt, Mr. Wayne. Viel Erfolg, aber eben. Jawohl. Mache Ivy's Pflanzer auf Miyaghani-Allem mit Hilfe des Badmobils. Da war es ausfindig. Meine Fresse. Auf der Karte seht ihr die Wurzel? Ist ziemlich geil gemacht. Ist noch ein Gegner, den würde ich gar noch ausmerzen. Oder auch nicht? Du musst näher ran. Seht ihr das? Das ist schon geil. Such weiter. Sie erwacht aus einem langen Schlaf. Okay, ich kann da nirgends wirklich rechts abbiegen. Sprich, ich muss doch auf die andere Seite. Um ins Herz der Wurzel zu kommen. Batz, 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 batz. Ich höre sie. Sie weint. Sie ist gefangen. Die heult. Die alte Wurzel. So, pass auf. Befreie sie, Batman. Ja, ihr ruft lauter. Da ist sie. Aber sie ist eingesperrt. Okay, pass auf. Da vorne ist anscheinend so ein Panzer. Den hole ich jetzt mal als erstes. Zack. Viel gesichtet. Vernechte die Himmel. Wo ist der nächste? Verflucht. Die Rattler wurde getroffen. Alles klar. So, jetzt kümmern wir uns um das Ding. Es wird schwächer. Du entfernst dich anscheinend. Ich kann sie spüren, Batman. Näher ran. Das reicht nicht. Suche tiefer. Okay, ich versuch. Oder ich vermute ernsthaft, dass wir doch wieder runter müssen. Da, wo wir hergekommen sind. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt wieder runter? Ich habe irgendwie so... Ah, klar, wenn ich... Habe ich die Orientierung verloren. Ah, guck mal da. So, pass auf. Was sind das hier für Teile eigentlich? Ich komme da ja nicht wirklich irgendwo rein, ne? Ja, toll. Wie soll ich denn das Scheißteil aufwecken, wenn ich da dran komme? Haut alle ab. So, ich bin jetzt echt verwirrt. Seht ihr hier in dem Gebäude? Da muss es drin sein. Muss ich aussteigen? Muss ich hoch? Ich vermute mal fast. Du bist Pflanzen befreit. Ah, okay. Da ist sie. Aber sie ist eingesperrt. Es wird schwächer. Du entfernst dich anscheinend. Dass die Pflanze eingesperrt ist, habe ich mittlerweile... Ach, halten. Oh, ich bin so ein dummer Depp. Halten. Nicht drücken. Halten. Ich bin so ein dummer. Okay. Sie greifen meinen Pflanze an. Beschütze sie. Okay. Schieß weiter. Erledigt sie. Ja, Sir. Regelt die Gegend ab. Niemand kommt an das Dach. Ich kann ihre Rinde härter als Stahl machen. Aber ich brauche Zeit. Ich werde sie beschützt. Ah! Die Frage ist mit was? Sie wird sterben, wenn du sie nicht aufhältst. Sind das Autos oder... Ja. Ah, guck mal da. Ich brauche mehr Zeit. Fuck. Fuck. Kämpf weiter, Batman. Beschütze sie, Batman. Nur noch ein bisschen. Nicht mehr lange. Hey Batman, soll ich nicht grillen? Danke, erste Hilfe. Komm schon, lag zu. Gott, das war anstrengend. Poison Ivy ist der Bad, man. Poison Ivy ist der Bad. Bleib in den Gärten, Ivy. Ich melde mich, wenn sich etwas tut. Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden. Ich wünschte, das könnte ich. Aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen. Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern. Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight. Natürlich, Sir. Aber das braucht Zeit. Lade die Daten auf den Bad Computer im Filmstudio hoch, wenn du fertig bist. Ja, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln. Okay, so wie es aussieht. Doch, ich könnte die Hauptmission weitermachen, oder? Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Founders Island vor. Unsere Zeit in die Offensive zu gehen. Ja, super. Wir können mit der Hauptmission weitermachen. Das heißt, das nächste Mal gehen wir in die Filmstudios. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Part. Auch wenn es sich ein bisschen gezogen hat, stellenweise. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen, wie vielen Dank, dass ihr immer mit dabei seid, immer zuschaut. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.